Volkspeople, August 2012. Wir haben hier vor dem Regierungsgebäude in Vaduz mit der einzigen Seitenwagentörffahrerin aus dem Fürst-Tum-Lichter-Stein abgemacht. Sonja heisst sie und sie sollte diesen Moment hier an zur Rolle kommen. Hallo Sonja. Hallo Daniel. Dürfen wir hier Platz nehmen? Ja selbstverständlich. Auf dem Kuhfell oder was ist das da? Ja das ist speziell angehörtiger Kuhfell. Oh das ist ein sensationell. Bei Wagen. Und da wird man aber schon nass wenn es regnet oder? Da wird man ganz sicher nass ja. Was ist das für ein Töff und warum bist du die einzige Seitenwagentörffahrerin im Fürst-Tum-Lichter-Stein? Das ist ein Dnepr. Und Dnepr sind ursprünglich gebaut in Kiew. Das ist in der Ukraine. Und wie bin ich dazu? Ja meine Leidenschaft. Eigentlich schon immer zum Töff fahren. Und mein Traum ist es immer gewesen, wenn ich mal Familie habe, dann muss ich auch einen Seitenwagen hören, dass meine Kinder hinein sitzen können. Und ja so sind wir etwa mal am Samstag, Sonntag auf dem Weg. Mit deinen Kindern in dem Fall. Jetzt hast du gesagt, er kommt aus Kiew. Wie kommt man dann zu so einem Töff? Muss man da in die Ukraine reisen oder kommt der Töff da hergereist? Ja der war schon da gewesen im Land. Also sie ist schon. Und von einem guten Freund konnte ich ihn abnehmen, also noch kaufen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er eigentlich mir den Traum erfüllt hat. Was ist denn speziell an einem Seitenwagen Töff zum normalen? Der normale ist natürlich schon ein spezieller. Also man kann ganz anders in Kurven fahren. Man kann besser überholen. Und ein Seitenwagen ist eher gemütlich zum Fahren. Wie oft ist denn das Gefährteile im Einsatz bei dir? Ja also der Sommer, wenn es schon Wetter ist, dann bin ich immer am Fahren. Also meistens halt am Wochenende. Du hast gesagt, Familie ist offensichtlich sehr wichtig, dass du mit ihnen ausfährst. Was sind denn so die Höhepünkte, die du erlebst? Entweder mit oder ohne Töff? Ja die Höhepünkte, wenn ich jetzt so fahre, also es ist natürlich schon speziell als Frau natürlich. Ich weiss es jetzt nicht, ob es im Land noch Frauen gibt, die mit einem Seitenwagen fahren. Und da würde ich eben mal von der männlichen Welt schon angeschmunzeln. Wow, die fährt dann ein Seitenwagen. Wenn man schon im Töff fährt, dann muss man auch selber ein bisschen rumflicken an dem Töff. Machst du das auch oder machst du deine Hände nicht dreckig? Also sie läuft wie eine Neumaschine. Da muss ich eigentlich gerne nichts tun, ausser wie regelmässig das Öl kontrollieren, die Zündkerzen schauen, dass sie passen, dass sie gut sind. Und ja, mit der Batterie habe ich auch kein Problem, weil es ist eine Autobatterie drin, also keine Töff-Batterie, also gehörig stabil. Und für mich ist es natürlich als Frau schon wichtig, dass es läuft. Gut, jetzt gibt es ja wahrscheinlich noch das Leben neben dem Töff-Fahren, nehme ich an. Und wie sieht das bei dir aus? Ja, das Leben nebenbei, ja, ich bin halt Mutter von zwei Buben. Und ja, wir meistern so unser Leben. Und es gibt, eben mit zwei Kindern gibt es immer was zu tun. Und wir können eben auch schöne Sachen erleben. Wenn man da so sitzt, dann kommt man sich ein bisschen klein vor, oder? Also der, der auf dem Töff auf dem Töff sitzt, ist ein bisschen der auf dem Thron. Und der, der, der da neben dran ist, ist mehr der der kleiner. Oder muss man ein bisschen windschlüpfrig sein da neben dran? Ja, kommt es mir jetzt ein bisschen so vor. Ja, ist richtig. Es ist auch schön, wenn ich mal Ahi kauf, so auf die männliche Welt. Da unten sitze ich schon gut, geht es dir auch gut. Es ist natürlich schon speziell, ja, von der Höhe her. Aber vor allem Kinder fahren ja mit und denen macht es immer auch Spass. Kennst du andere Töff-Fahrer aus Lechtenstein, die auch solche Gefährten haben? Oder trifft man sich da untereinander? Oder gibt es da irgendetwas? Also, kenne ich leider niemand. Darum war es eigentlich auch meine Idee, dass ich mal so einen Seitenwagenhock organisiere. Und, ja, und der findet jetzt so statt. Da habe ich ja auch froh. Und zwar am 2. September, am 11. Es ist am Sonntag, am Gasthof Rössel, Ciao. Da bin ich natürlich gespannt, sehr, sehr nervös. Wie viel Sinn, wie viele Menschen, Personen gibt es, die diese Leidenschaft auch mit mir teilen. Also, ich freue mich sehr auf den 2. September. Weisst du denn, wie viele in Lechtenstein so einen Töff eingelöst haben, also so einen Seitenwagen? Ja, man kann es fast nicht glauben. Es sind 25 Töff mit Seitenwagen angemoldet. Und ich hoffe, die können natürlich alle, die will ich alle kennenlernen. Und ich bin 25, das ist also eine recht grosse Zahl. Sonja, herzlichen Dank. Und wenn eine so eine charmante Frau einlädt, dann kann man sicher nicht Nein sagen. Also, die 25 Seiten Wagen-Töff-Fahrer oder Fahrerinnen sind also aufgerufen, am 2. September, am Morgen, am 11. Ich freue mich, sich zu treffen beim Rössel in Schaan. Und wir drehen jetzt miteinander eine Runde, oder? Gerne, ja. Ich habe zwar keinen Helm, aber auf dem Regierungsplatz darf man schon mal eine Runde drehen, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, also. Tschüss, Mirko. Volkspiepel. 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 Volkspiepel.